Hallo und herzlich willkommen zu Slide 3, mitten in einem großen Piraten-Arbiteurer, mit einem Piratin direkt vor uns, einem alten Piratin und wir selber als total krasser Pirat verkleidet und in der letzten Folge haben wir uns hier hinbegeben, um einen Schatz von Dimitris Großvater zurückzuholen. Und mit seiner Taucherausrüstung, oder ich glaube primär wegen der Taucherausrüstung, und dann wird uns Dimitri bestimmt helfen für den großen, super krassen Schatz, den wir selber noch haben wollen. Und dazu mussten wir uns erstmal verkleiden als ein gewisser Herr Tim mit Piratenklamotten und da haben wir uns erstmal die Piratklamotten geholt und nun können wir uns nochmal zu ihm hinbegeben und sagen, hallo, wir sind ein Pirat. Das wird bestimmt Sinn machen. Und ich verkleide mich jetzt genau hinter ihm, damit es nicht auffällt. Seht selbst. Piu. Ach, ich bin Tim. Tim, der Pirat. Hallo. Hallo. Was? Sauertöpfischer Tim. Du bist zurück, du heuchlerisch all. Ja, Kamerad. Und, äh, nichts für ungut, aber ich würde gern über einen Schatz reden. Ach, lass uns zuerst einmal eine Runde zusammen fluchen, du Pasi-Angesicht. Ich habe darüber gelesen, Sliden. Das ist ein Brauch bei Piraten, sich Beleidigungen an den Kopf zu werfen. Du darfst nur niemand etwas wiederholen, was schon gesagt worden ist. Du bekommst die erste Breitseite. Tschüss, Kamerad. Oh je, äh, du dummer, zahnloser Ankerkopf. Du bist ein dummer, zahnloser Ankerkopf. Das mag schon stimmen, aber du bist ein hirnloser, nervtötender Walfurt. Oh je, äh, du, du, du Schafshirniger, nervtötender, Schleimhaufen. Du bist ein, äh, hirnloser, zahnloser Schleimhaufen. Das hatten wir schon. Kein Pirat mit ein bisschen Ehre würde ein Beleidigungen erholen. Das ist gegen die Natur. Äh, das ist doof. Oh Gott, ich muss mich konzentrieren. Oh cool, alles klar. Dann wollen wir es nochmal machen. Du bekommst die erste Breitseite, Schiffskamerad. Äh, äh, pickeliger, dummschwätzender, sackvoller Maden. Das Böse. Du bist ein pickeliger, dummschwätzender, sackvoller Maden. Haha, du fluchst wie ein Kind. Du bist ein stinkender, schälender Kotzbrocken. Äh. grog-süchtiger Kuhfladen. Ich weiß nicht. Ach ja, und du bist ein aussätziger, grog-süchtiger Kuhfladen. Hahaha, aber ich denke du bist ein segelohriger, schleimiger Dreckschrubber. Oh Gott. Winziger, skorbutkranker Hautlappen. Du bist ein winziger, skorbutkranker Hautlappen. Das mag schon stimmen, aber du bist ein kahlköpfiger, gelbäuchiger Kabinenstürort. Oh, oh, und, oh. Brummender, hinkebeiniger und, äh, hatten wir Walfurz schon? Ich hoffe nicht. Bitte. Du bist ein brummender, hinkebeiniger, Walfurz. Haha, du fluchst wie ein Kind. Und du bist ein idiotischer, heuchelnder Ankerkopf. Oh Gott, jetzt wird's... Sabernder. Oh. Seekraftschlürfender? Schleimhaufen. Ach ja, und du bist ein sabbernder, seegrasschlürfender Schleimhaufen. Haha, sauer Töpfischer Tim, das kannst nur du sein. Vergib diesem alten Seebären und seinen sonnenverbrannten Augen, dass er dich nicht sofort erkannt hat. Ich traf weder an Land noch auf See jemanden, der so gut fluchen kann. Warum warst du so lange weg? Ich will meinen Teil des Schatzes holen, den wir diesem Remelus Tor vor Jahren gestohlen haben. Das war ein Priverkuh. Erzähle gern davon in der Hafenknalpe. Wir beide haben die Beute hinter der Dolchentzel begraben. Die ganzen Jahre war die Schatzkarte sicher versteckt. Haha, so sicher wie ein Fass voll rum. Lass ihn uns holen. Es wird Zeit, dass wir unsere Rente ausgraben und wie Fürsten leben. Es kämt mich, dir das sagen zu müssen, Schatzkamerad. Ich musste gestehen, dass ich meine Galleone vor Jahren beim Kartenspiel verloren habe. Und es wird noch schlimmer. Die Karte wurde mir von dem fiesen Kapitän Lefoui gestohlen. Was? Ich hätte ihn eher mit meinem Säbel aufgeschlitzt, als ein so wertvolles Pergament aufzugeben. Dieser Lefoui ist kein gewöhnlicher Seeräuber. Nein, er soll der klügste Mann auf den sieben Weltmeeren sein. Dieser Teufel lebt in der Festung dort drüben. Dort findest du die Karte und deinen Tod. Aber den Schatz musst du alleine heben, Kamerad. Denn meine Seefahrertage sind schon lange vorbei. Danke, Peter. Du warst immer ein guter Freund. Und du bist immer noch ein dürrer, stinkender, behaarter Widerling. Dank Schwarzfleck, Peter, haben wir einen Spurzeln, lustlos Schatz. Gestern, wo auch der Deufel ist übergraben. Die ist wirklich sehr, sehr weit weg. Für die Reise müssen wir im Hafen ein Piratenschiff stehlen, was angesichts der halsabschneiderischen Natur dieser Halsabschneider nicht leicht sein wird. Zuerst werden Murray und Sly ein Beiboot stehlen und damit die Rüder alle anderen Schiffe zerstören, die uns verfolgen können. Das wird bestimmt die Hafenpolizei auf den Plan rufen. Also bereitet euch auf einen Seeschlag vor. Wenn sie aus dem Weg sind, hängt uns nichts mehr auf. In der Zwischenzeit werden Penelope und ich in Liefelis Festung einbrechen und die Schatzkarte stehlen. Danach stehen wir im Schiff und setzen Segel in Richtung Dolphinsel. Dann müssen wir bloß noch der Karte folgen und die Beute auslasen. Das wird doch niemals so klappen. Oh nee. Was mir besonders auffällt, was bestimmt, wenn jemand das zuschaut, auch auffällt, ist, dass diese Zwischensequenzen von diesem Plangelaber viel zu laute Musik haben. Teilweise trossele ich das schon runter und in die Stimme von Bentley kann man voll nicht hören oder voll schwach. Und egal welchen Soundregler man einstellt, das kann man irgendwie nicht beheben. Weil das halt ein Video-Ding ist und das unabhängig von den ganzen anderen Tönen da irgendwie anscheinend läuft. Und ich entschuldige mich, wenn man da nicht alles hören kann. Ich weiß nicht, wie man das besser hinkriegt. Ansonsten, man sieht ja im Nachhinein immer, was der Plan so alles bewirkt und was die einzelnen Schritte sind. Wollen wir erstmal als der Merry weitergehen. In der Piraten-Operation Tag 1. Und das klingt eben schon so, als würde alles nach Tag 1 vorbei sein. Aber wie wir wissen, gibt es immer, konsequent immer, auch wenn ein Bosskampf schon vorher war, Tag 2. Äh. Oh, 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 oh. Hihihihihi. So, der Typ musste weg. Ich mag dich nicht. Wo muss ich eigentlich hin? Hätte ich ja erstmal gucken sollen. Höh. Geh weg, du blödes Ding. Ich bin der Merry. Und der Merry macht, äh, alles kaputt. Mit, äh, Beibu, der Serstörung. Oh yeah. Hallo? Oh, 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 oh. Oh, das war, das war jetzt ärgerlich. Aber, äh, nun gut. Wir, wir belassen das dabei. Okay, Merry. Merry, du musst zusammen mit Sly die Ruder aller Galeonen im Hafen zerstören. Mit fahruntüchtigen Schiffen können uns die Piraten nicht folgen, wenn wir zur Dolchinsel segeln. Was ist mit den Booten, die da draußen ankern? Die könnten wir uns auch noch vornehmen. Macht euch um die keine Sorgen. Die Piraten haben nicht die Zeit, erst dorthin zu rudern und sie klarzumachen, bevor wir weg sind. Außerdem taucht die Hafenpolizei sowieso auf, wenn ihr auf die Ruder schießt. Das klingt nach einem Job für einen Mann mit vielen zerstörerischen Angewohnheiten. Du sagst es. Schaltet die Hafenpolizei aus. Dann kann uns niemand folgen, wenn wir ein Piratenschiff, äh, beschlagnahmen. Anscheinend hat Sly das Beiboot seeklar gemacht. Viel Glück, Seemann. Arrrr, die böse Polizei der Piraten. Das macht so Sinn. Okay, Jungs. Murray rudert und Sly übernimmt die Kanone. Halte die R1-Taste gedrückt, um die Kanone aufzuladen und weiterzuschießen. Lass sie los, wenn du feuern willst. Okay. Ich muss, wo dann? Ach, man muss jedes Mal X drücken. Okay. Ich habe das. Piu. Oh. Was? Nee. Oh Gott. Ich sehe schon, wo das hinführt. Zu keinem Spaß. Den, äh... Gut gemacht, Jungs. Das will ich Teamarbeiten. Diese Schäfer, sobald keine Siegung setzen. Sehe ich auch so. Und ich verstehe jetzt, wie diese Kanone funktioniert. Das ist wunderbar. Wunderbärchen. Oh, nee. Diese böse Piratenpolizei. Äh. Hat mich getroffen. Nein. Bruder, Bruder, Mary. Bruder, Mary. Die scheinen einen nicht zu verfolgen. Oh, wow. Oh, wow. Treff ich dich? Ja, ich habe dich getroffen. Wunderbar. Somit war es schon der dritte. Einer fehlt nur noch. Wo bist du Nummer drei? Ich, äh, finde dich. Äh, bist du da hinten. Alles klar. Gefundin. So, wie viele... Wie viele Leute sind denn dort? Sicher viel zu viele. Oh. Warum sage ich das noch? Äh. Hahaha, ich habe eine getroffen. Ha, doch, eine recht einfache Mission. Dann wollen wir sie mal abschließen. Piu, piu. Das macht ihr großartig. Aber ihr müsst euch beeilen, denn die Hafenpolizei ist eben eingetroffen. Sie sind gut bewaffnet. Kann diese Kanone da mithalten? Du hast recht, Sly. Mary muss sie mit eurem Beiboot rammen, damit die Panzerung abfällt. Jetzt ist Schluss. Ich habe keine Lust mehr, den Kanonenkugeln auszuweichen. Jetzt reicht's wirklich. Wenn Mary die Panzerung beseitigt hat, könnt ihr sie mit einer gut platzierten Kanonenkugel versenken. Lauft doch weg, ihr Mädchen von der Hafenpolizei. Ich ramme euch jederzeit wieder weg. Gott, nee. Raff die Panzerung bei dem Boden. Dann werden eure Schüsse auch Schaden anrichten. Hey, ich ramme dich. Oh, ich bin mir noch nicht genug gerammt. So, äh? Mehr Power brauche ich? Oh. So. Wirklich, mit voller Wucht müssen wir die rammen. Nicht getroffen. Äh. So, äh. Hallo, Typ. Oh. Oh, das war gezielt. Okay, jetzt habe ich volle Energie. Jetzt, jetzt läuft das. Jetzt läuft das. I understand this. Arr, eine Piratenschlacht. Bereit machen zum Schießen. So. Geziehen muss man mit der Kanone dann nicht wirklich, wenn man direkt dran ist. Oh. Oh, nee. Schieß, Kanone. Ich dachte, ich hätte genug Schwung. Alles klar. Puh, puh, puh. Puh, puh. Danke. So, Nummer zwei ist weg. Mach euch fertig, Leute. Äh. Yeah. So, Nummer drei hat sich, äh, ausgekugelt. Bäm. Und da ist der Nächste, der die Breitseite abbekommen wird. So, Nummer der Letzte. So, du, äh, wirst sterben. Du wirst untergehen im Wasser. Äh, der Trauer. Warte noch. Das perfekte Team, Murray und sein Getreuer-Schütze Sly hat es mal wieder geschafft. Oh. Tut mir leid, Jungs. Mir war nicht klar, dass die Hafenpolizei einen Kutter hat. Ihr seid noch nicht fertig. Mann, das Ding ist gewaltig. Jedes Schiff hat einen Schwachpunkt. Sieh dir den Mast an. Den flicken sie schon seit einer ganzen Weile. Sly hat recht. Dieser Mast wird unseren vereinten Kräften zum Opfer fallen. Wie viele Kanonen sie auch haben. Wir nehmen sie alle. Nennt mich Feigling. Aber ich würde gern den Kanonenkugeln ausweichen. Oder wir weichen aus. Das geht auch. Hehe. Zerstöre die Schützpfeiler am Mast des Bootes. Okay. Okay. Kleiner Mini-Bosskampf. Mit bösem Todesschiff. Oh, oh, oh. Okay. Zurückrudern. Rückzug. Taktischer Rückzug. Hab ich getroffen? Ich glaub schon. Dich ist gut. Dich ist gut. Dich ist gut. Dich gefällt mir. Äh. Oh. Haha. Voll getroffen. In dein Gesicht. Äh. Du hast gar kein Gesicht. Ist natürlich dann schlecht. Oh, das läuft, das läuft super. Das läuft super. Wir kriegen das Ding total kaputt. Wir kriegen das Ding total kaputt. Wir kriegen ein Schiff total kaputt. Das Schiff geht unter. Oh yeah. Das perfekte Team steckt an euch zu. Gut geschossen, Partner. Hey. Ohne deinen Rudern wären wir gesunken. Wenn ihr Jungs mit Kuscheln fertig seid, treffen wir uns im Unterschloff. Aber die mögen doch beide so gern kuscheln. Und damit Sly und Bentley, äh, Mary noch, äh, also Sly und Mary schön gemütlich zusammen kuscheln können. Vielleicht will Bentley auch noch dazukommen und sich etwas beruhigen. Das sag ich mal. War es das für die heutige Folge von Sly3? Ich hoffe, es hat euch so weit gefallen. Und wenn ja, schaltet doch einfach in der nächsten Folge ein. Und danach geht es nach dem Kuscheln weiter. Und wir erleben die Aufgabe, ein dynamisches Duo von den anderen beiden Technikern in der Gruppe. Alles klar. Ich bin Sarvex und ich bin nun raus. Ciao.